er war das okay deck das deck wird komplett erstmal überarbeitet zum beispiel der kommt rein weil das kannst du irgendwo nicht sein hier ist der kannst du die tonne kloppen so was ist schwach ich hab viel zu viele tributen monster drin er raus damit brauche ich nicht was was will ich mit zwei schwarzen magier oder was will ich na gut das muss ich schon beenden ich habe auch immer schrott ich brauche echt mal so einen schwachen du land nicht auf das ist ja einer der besiegen kann genau kalber die erste waren sie nicht einmal in meinem wildesten träumen könnte ich gegen einen zweitklässigen dollar anbietig die verlieren passt ich nehme eigentlich den stärksten raus da ist er doch kalber gott wenn ich das gewinne ja dann weiß ich ihn dann verloren habe riesenratte beende gott 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 setto kalber ja genau die goblin powertruppe obwohl das ist gut weil die goblin powertruppe ist sogar sehr sehr gut so zweiter riesenratte hat die geht in den verteidigungsmodus gesagt die frage durch diese verteidigt das habe ich denn jetzt noch mal von monster gazelle wo ich kann der mitzumachen schützt was bestand in der liegen gehabt nur aus reiner neugiere genau der macht die spiegel gazelle hat dem angriffsmodus ich wirklich die lichtschwerter aktiviere ich die lichtschwerter was wir so eine frage erstmal sind kopplen weg und dann gazelle direkt dann auch set-up gab es punkte so damit ist mein zug beendet und er ist dran darf eine karte ziehen ja das ist die erde regel schwarzes loch auch kommen kein monster ich auch nicht toll monster reden jetzt ja ich könnte die goblins zurückholen das werde ich aber nicht machen ich will der monster immer zu spielen und mehr die riesenrat zurückzuholen im angriffsmodus wegen dem effekt weil ich brauche monster wenn er gleich noch mal ein schwarzes loch und er hat er nicht mehr oder reiki vielleicht noch hat dann wird es teuer und wenn ich die monster die riesenrat im kampf zerstört wird kann ich noch der riesenstand so daten als verteidigung rufen also hat immer noch kein mann wenn er kennt man das ist das so geil jawohl jetzt machen wir es mal richtig der match mit den ja eine lieblingsgarte von nicht juli wird es ist sogar wenn die knie zwingen beauftragte der dämonat noch 26 hat er noch ihr wolle ist bei down down nur bald down geld aber kein monster gezogen wer von mit tolle kacke ich beende mein zug in der offnung dass da nichts kommen von ihm ich habe ja gesagt eine offnung dass da nichts kommt aber da kommen wir zwar zwillings elfen ich habe meine besten karten fast schon ausgegeben die lichtschwert daraus geht's so damit kann man mich erstmal nicht angreifen ich habe es mir fast gedacht dass er die karte auch noch hat auf der hand und verdeckte geiles redet erst mal richtig auf es gibt mal was gutes die riesentronade was gutes ist ich weiß ja nicht habe ich glaube ich noch überleben ja ich bin doch kein monster das hat auch nichts jetzt muss ich gleich im nächsten schon richtig spiel das bin ich da und ich auch kein schwarz was gibt mir für den dreck ganz ehrlich spiel fusion verdeckt ich brauche gar selig auf meinen friedhof toll für fusion gar nicht weiter der zweite verdeckte karte kleiner drache angriffsmodus in der hoffnung der angriff geht durch natürlich nicht der magische zylinder genau schickt mir noch die den angriff auf bei der lebenspunkte zurück passt kollege kein monster schrecklicher terra mal der glück gab der setor kuribu das hilft mir nichts wenn ich kuribu und die markenspiele ich habe nur noch 1100 lebens dort das hilft mir schon was kuribu multiplikator dann habe ich nämlich eine verteidigung nein das war es genau danke ist der dritte niederlage mal ich brauche schwachen du land nicht so ein bisschen teil bei das setor das auch noch unbekannt dass wir noch mal können mit denen unbekannten hier schon ja ich konnte nur die brocken wir wollten uns unterhalten ich weiß nicht wie es dir geht aber ich bin immer nervös wenn ich mir ein duell zum ersten mal gegenüber steht ganz toll ich kriege mut ich kriege die brocken ganz ehrlich soll ich mir das hier aber nicht vorgestellt riesenratte angriffsmodus du bist dran juli was soll ich sagen atem halt nichts meinst du zu fügen ja kommt der gleich den magi der schwarzen chaos um die ecke ich glaube es echt nicht ich glaube echt nicht was habe ich diesem spiel angetan kommt etwas gutes erst mal die lichtschwerte raushauen dann verteidigung ist angesagt was anders wird mir auch überhaupt nicht übrig hat zwar nur hat zwei handkarten die auch gerade gespielt hat die freundliche vorteil erlaubt es mir drei karten zu ziemlich zwei ablege fusion ad bieber krieger die spalt aktivieren monster reanimation aktivieren magie des schwarzen chaos holen im angriffsmodus arbeitet er für mich dann silberfang im angriff dann gehen wir zum angriff über mit silber mit magier des schwarzen chaos sprach des spiegels ne doch nicht alpha d und sie fangen attacke so riesenrat habe ich mit absicht und verteidigungs gelassen was da wirklich eine macht des spiegels liegt ein menschen verteidigungs modus was könnte das sein das ist mir irgendwo egal ich opfere meinen silberfang für den beauftragten der dämonen riesenrat ergehenden angriffsmodus der beauftragte dämon vernichtet sein monster radio gamma hatte dieses scheiß magnet krieger hier drin das muss ich mir irgendwie merken das kommt der mage der schwarzen chaos gab sein meister so jetzt läuft dass dieses der läufer gezogen habe jawohl lichtschwetter sind fort kannst du mich wieder angreifen und das ich habe auch ich habe viel zu viele tributen monster drin das ist echt so ein knackpunkt beauftragte dämon blitz angriff den angriff schickt er mir zurück ok riesenratte attacke magier des schwarzen chaos attacke und tschüss aber warum hat er mir den angriff schwarzen chaos nicht zurückgeschickt sehr sinnvoller gewesen aber egal jubi mutter besiegt ja toll du bist das du hast ein beeindruckt du hast ein beeindruckt du hast einen beeindruckt du hast einen beachtlichen deck ist deutsch hätte ich gedacht dass ich so verlieren würde und nur schrott dritter her und die nächsten unbekannten wen treffen wir dann daran ja ok lass uns glaube ich werde mein deck mit yuki silva verschreibt ich habe mein deck mit yuki silva verschreibt übrigens ich bin an zu schien zack schön ich kennenzulernen ja wohl ich darf sogar beginnen ok der ist jetzt einfacher freue ich auch keine gute hand karte für war keine gute start hand sagen wir die gleich schmeißen den buster blader weg den schmeißen wir weg dann spielen wir kuribo aktivieren vervielfachen dann haben wir schon mal fünf monster in einer reihe ist das nicht schön du bist dran und schwirren wir die feiergruppe erstmal nur verdeckt die feierprinzessin ne brauche ich nichts aktivieren ich habe aber stärkeres auf der hand das verspiel marke 1 ok das war es doch schon von ihr gefällt mir denn der elfen schwert kämpfer wissen die feierprinzessin kümmern wenn meine kuribo spielmarkten griff gehen und ein schaden in ihrer lebenspunkt bereich rein donnern wird so elfen schwertkämpfer attacke so jetzt sind meine spielmarken dran sind zwar nur 1200 damage aber ich nehme jeden punkt mit den es nur irgendwie gibt und die kombination durch ist auch schon aufgabe der hand gab kuribo mit vervielfachen damit ist mein gegner wieder dran tanz nael fallgruppe adieu endphase okay na ich kann kann man uns abrufen aber ich kann es mir kann verdeckt ich bin dann in den angriff über die elfen schwertkämpfer koribo spielmarke nr 1 spielmarke nr 2 spielmarke nr 2 spielmarke nr 3 spielmarke nr 4 das war's das spiel zu beenden weil das mit den spielmarken dauert es leider schöne kopfjägerin was vernichtet sie eine koribo spielmarke nr 2 aktivieren 106 so gute karten drin verteidigung ist angesagt verteidigung ist angesagt verteidigung ist angesagt und verteidigung ist angesagt spiel zu beenden okay das ist ein schwaches monster ja genau das richtige monster an 800 lebenspunkte die du verlierst ja das war leider klar aber ich werde da nicht mehr ich hätte nichts aktivieren und sage ich mal zunächst mal dass ihr in irgendeiner sache weiter tanzen elf ist auf dem friedhof und beim basterblatt ist auf dem friedhof perfekt und wenn man immer zurückholen oder nein nichts aktivieren angreifst ich werde mal vor kurüber bei drachen das wäre das das jetzt übel so schmeckt so schöne kaufjägerin das blockieren aber die spielmarken so ein bisschen aber egal man muss ein kompromiss finden nachsichtige jungfrau ok da gehen jetzt mal ein paar spielmarken weg nämlich zwei ich bin nämlich angefangen und hier nicht aktivieren ich habe noch den was habe ich noch auf der hand ich kann doch gar ja gar nicht rufen wie soll das gehen doch doch stimmt ja passt schon mein fehler die marke geht in den angriff wird in den angriff übergehen so hat mir die nachsichtige jungfrau weg adieu basta blader oh kippt den pingel so daten in den angriffsmotus spielen sondern wäre es schon feierabend oh spielfehler das war dumm das war echt dumm da hätte ich das schon wenden können na gut ist jetzt auch beendet jetzt können wir die pingel so daten spielen das war es doch schon passt aber leider doch gern beenden was die ehre der verdammten sieg so dass wir ein schönes päckchen aussuchen ja ja ich hätte ich bin vorsichtig umzugehen na ja so ist meine lektion beibringen oder was hier mit den rote augen drachen ist aber auch nichts gutes drin wirklich ist noch nichts gutes dabei bye bye okay 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 okay